Musik Man sagt immer, Musik ist für mich alles, aber es ist wirklich so. Es ist mein Leben und der Ausdruck von meinen Gefühlen, von meiner Kreativität. Eigentlich ist dadurch ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen, drei tolle Werke der Kammermusik auf einer CD zu versammeln eigentlich. Das Reger-Klarinettenquintett ist das längste Werk auf unserer CD. Es umfasst fast 40 Minuten. Max Reger hat es in seinem letzten Lebensjahr geschrieben und für mich ist es ein Werk voller Licht, heller Hoffnung und herbstlicher Stimmung. Für mich eben spätherbstliche, warme Farben und die Mischung von Klarinette und Streicher ist einmalig, finde ich. Das Klangnettenquintett von Mozart ist für mich ein unglaublich kompaktes Werk. Es hat Momente voller Stille, aber immer spürt man die Lebendigkeit und jede Note hat seinen Platz in der Musik. Deswegen ist es auch sehr schwer, die Musik wirklich am Punkt zu finden, dass wirklich genau die Emotion da ist. Das Leitner-Klarinettenquintett war ein sehr spannendes Werk für uns zu interpretieren, weil es eben ein zeitgenössisches Klarinettenquintett ist. Und toll war vor allem, dass der Komponist Ernst Ludwig Leitner direkt bei der Aufnahme bei uns dabei war. Und das hat uns natürlich schon sehr geholfen, den Geist des Komponisten wirklich aufzunehmen. Es ist schon ein Weg zu sich selbst Musik zu machen, aber natürlich auch durch das Spielen bewegt man Leute. Und ich glaube, deswegen ist Musik wirklich eigentlich das Leben und findet im Leben, in der Natur wie hier überall statt.